Auf welches Szenario bereitest du dich vor? Ist das ein Blackout? Ist das eine Naturkatastrophe? Vielleicht ein Krieg? Oder eine Wirtschaftskrise? Und bereitest du dich auf das richtige Szenario vor? Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge «Grüsi Müsi – Schön hast du» wieder eingeschaltet. Welches Szenario ist für dich das Wahrscheinlichste? Bereitest du dich nur auf dieses eine Szenario vor oder auf mehrere Parallel? Welches Szenario deckt für dich das breiteste Spektrum ab? Hältst du Krisenvorsorge für Schwachsinn? Oder hast du dir darüber noch gar keine Gedanken gemacht? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und genau um dieses Thema geht es in diesem Video. Du hörst es wahrscheinlich. Meine Stimme ist noch nicht komplett on point. Die Grippe hat noch ihre Nachwehen, sage ich mal. Aber ich hoffe, es stört dich nicht allzu sehr. Was kommt bei jeder Folge «Grüsi Müsi» als allererstes? Klar, die Werbung selbstverständlich. Auch heute will ich da kurz die Zeit nutzen, um etwas Werbung in eigener Sache zu machen. Ich habe es nun endlich geschafft, mich für das Amazon-Influencer-Programm anmelden zu können. Irgendwie hat das ein halbes Jahr lang nicht so richtig geklappt. Was genau ist das Influencer-Programm? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich habe jetzt auf Amazon die Möglichkeit, für mich eine Shop-Seite aufzubauen, was ich auch schon getan habe. Du findest den Link zum Shop unten als allererster Link in der Videobeschreibung. Für was ist jetzt diese Shop-Seite überhaupt da? Für mich ist das eine super Möglichkeit, dir Produkte zu empfehlen, die ich selbst auch benutze oder eben die ich einfach empfehlen kann. Ich habe jetzt als allererstes in der Seite mal eingepflegt, so das Videomaterial, das ich für meine Videos benutze. Da kannst du gerne mal nachschauen, so welche Kameras ich benutze, welches Schnittprogramm, welches Licht, welche Tonaufzeichnungsgeräte und und und. Des Weiteren habe ich aber auch noch eine Kategorie, die heisst Krisenvorbereitung. Da habe ich jetzt erstmal die meisten Produkte, die ich in meinem Krisenraum benutze, habe ich da verlinkt. Somit kannst du, wenn du in einem Video von mir irgendwas siehst, kannst du auf meine Influencer-Seite gehen und Krisenvorbereitung, Krisenraum und dann solltest du eigentlich das Produkt finden. Für mich ist es ganz wichtig, dir noch kurz zu sagen, ich kriege davon Geld. Die Influencer-Seite funktioniert genau gleich wie Amazon Affiliate-Links. Das heisst, wenn du irgendein Produkt über meine Influencer-Seite kaufst, bezahlst du nicht mehr, aber ich kriege ein paar wenige Prozent von deinem Einkauf auf mein Konto. Ich finde das halt eine ausgezeichnete Möglichkeit, wie du mich unterstützen kannst. Wenn du eh bei Amazon einkaufst, dann geh halt einfach über meine Influencer-Seite auf Amazon rein, ich sage es mal so, und bestell dir dort irgendwas. Dann kriege ich eine kleine Provision oder nutze einen der Affiliate-Links. Auch die findest du in jedem Video unten in der Videobeschreibung. Klicke einfach auf irgendeiner dieser Links, dann öffnet sich irgendein Produkt, was ich dir empfehlen kann, aber du musst ja dann das nicht kaufen. Du kannst dann ganz normal auf Amazon oben in der Suchleiste dein Wunschprodukt eingeben, die Suche starten und dann das Produkt, was du haben willst, in den Einkaufskorb legen und den Bestellvorgang abschliessen. Und somit bin ich dann ebenfalls qualifiziert, dass ich dann meine Vergütung an deinem Einkauf kriege. Wenn wir schon dabei sind, es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, wobei eben Affiliate-Links, finde ich, die beste Lösung, weil es halt für dich keine Mehrkosten generiert und ich trotzdem gut dabei unterstützt werde. Aber du kannst zum Beispiel auch auf meinem YouTube-Kanal eine Kanalmitgliedschaft abschliessen, weil da kannst du mich halt auch supporten. Aber das kostet dich halt Geld und am Ende des Tages hast du nicht wirklich einen Mehrwert davon. Einfach, dass ich das mal klar kommuniziert habe. Wenn du das tun möchtest, vielen Dank und wenn nicht, kein Problem. Sowieso, es ist alles freiwillig. Ich will es halt einfach mal erklärt haben. Eine weitere Möglichkeit sind Supertanks. Du kannst einen Kommentar schreiben und diesem Kommentar eigentlich, ich sage jetzt mal, eine Bezahlung hinzufügen, also mir einen gewissen Betrag spenden. Dann wird halt der Kommentar hervorgehoben und somit kannst du dich, wenn du willst, bei mir quasi bedanken. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten. Du kannst auch einfach mein Video liken, meinen Kanal abonnieren, mein Video teilen oder einen Kommentar schreiben. All das hilft mir auch, damit mein YouTube-Kanal wächst und schlussendlich kriege ich Werbeeinnahmen dafür und indirekt unterstützt du mich so eigentlich genauso gut. Und ja, ich weiss, jetzt kommen wieder die Hater, die sagen, er macht nur Werbung. Das stimmt nicht. Nicht oft mache ich Werbung für Unterstützung für mich. Und das will ich auch so beibehalten. Einfach jetzt wollte ich mal die Gelegenheit nutzen, das mal in den Raum zu werfen. Somit ist das nun wieder für eine lange Zeit erledigt. Und genau die Leute, die sich so extrem daran nerven, ich wette, das wären genau die Leute, die die Möglichkeiten als allererstes nutzen würden. Wenn wir schon bei Werbung sind, du bist immer noch nicht auf meinem Discord. Weswegen bist du noch nicht auf meinem Discord? Ne, jetzt mal Realtalk. Also eigentlich ist das ja gar keine Werbung, weil eigentlich bedeutet für mich der Discord nur mehr Aufwand, mehr Arbeit. Aber für mich ist das ein Herzensprojekt. Ich weiss gar nicht, wie ich das genug, ich sage mal, anpreisen kann, damit das jeder versteht. Dieser Discord empfinde ich als so wichtig. Es bietet uns als Community eine so tolle Plattform, um uns untereinander auszutauschen. YouTube bietet diese Möglichkeit nicht. Und auch die ganzen anderen Plattformen, Facebook, Instagram. Es bringt halt nix, weil zum Beispiel bei Instagram, ja, kann ich irgendwas posten, du kannst es liken, aber was hast du am Ende des Tages davon? Und ich will ja nicht der Pausenclown sein. Weswegen soll ich immer alles posten? Das sehe ich nicht ein. Bietet dir halt keinen Mehrwert. Und mir schlussendlich ja auch nicht. Aber der Discord, der tut das. Weil da sind wir eine Community. Da helfen wir einander. Da können wir unser Wissen teilen. Wir können Anfänger mit an die Hand nehmen. Wir können ihre Fragen beantworten. Auch unter Profis können wir uns austauschen. Wir können miteinander chatten. Sagen, hey, was ist deine Ansicht? Wie würdest du dich da vorbereiten? Und das bietet einen Mehrwert. Glaub es mir. Ich glaube, niemand, der auf mein Discord gekommen ist, hat das bisher bereut. Im Gegenteil, nach wie vor, ich kriege so viel positives Feedback. Also, gib dir einen Ruck, melde dich bei Discord an, komm auf meinen Discord-Server. Discord ist nichts Böses. Discord sammelt zum Beispiel weniger Informationen über dich, als das Facebook oder Instagram oder noch schlimmer TikTok tut. Selbst Telegram ist da nicht wirklich besser. Im Gegenteil, Discord sammelt meiner Meinung nach und so, wie ich es in Erfahrung bringen konnte, mit Abstand die wenigsten Daten über die Nutzer. Discord wurde damals einfach gegründet als Alternative zu Teamspeak, damit Gamer untereinander sich unterhalten konnten. Erstmal nur als Sprachversion, später kamen dann noch Textchats dazu und so hat sich halt das Ganze weiterentwickelt. Bietet aber extrem viele Möglichkeiten und mittlerweile ist das nicht nur für Gamer interessant. Nein, es ist mittlerweile für alle interessant. Also, den Link zu meinem Discord findest du unten in der Videobeschreibung. So, die meisten sind nun weg, die meisten sind gegangen, war Absicht natürlich, ganz klar, weil jetzt bist du und ich, jetzt sind wir unter uns. Jetzt können wir ernsthaft über das Thema diskutieren. Gleich vorweg, ich persönlich bereite mich hauptsächlich auf das Thema Blackout vor. Weswegen Blackout, das erkläre ich dir gleich. Es gibt ja mittlerweile viele Bedrohungen. Krieg, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Naturkatastrophen. Wir werden ja quasi von allen Seiten mit irgendwas bedroht. Also ist es ja gar nicht mehr so einfach, sich da spezifisch auf ein Szenario vorzubereiten. Dazu sage ich gleich mal, ich finde es halt am sinnvollsten, wenn du dich auf das Szenario Blackout vorbereitest. Weil Blackout, erstens mal, Blackout deckt ein sehr breites Spektrum ab. Zum Beispiel, wenn du dich für einen Blackout vorbereitest, hast du Wasser. Jetzt nur als ein kleines Beispiel. Aber zum Beispiel, wenn du dich auf ein Unwetter vorbereitest, auf eine Überschwemmung, brauchst du auch Wasser. Weil das Trinkwasser könnte ja kontaminiert werden, es könnte verschmutzt werden. Deswegen brauchst du ja auch Wasser, Wasserfilter, Wasseraufbereitungsmöglichkeiten und so weiter. Genau das Gleiche wie in einem Blackout-Szenario auch. Also da gibt es viele Überschneidungen zu vielen weiteren Krisen. Und eben, das sind meine Gedanken. Ob das so ist, ob du das auch so siehst, weiss ich nicht. Nichts recherchiert. Das sind meine Gedanken, so sehe ich das. Blackout macht aber auch ansonsten Sinn, weil viele andere Krisen werden von einem Blackout oder vielleicht auch Brownout oder irgendwas in der Art eigentlich begleitet. Das heisst zum Beispiel ein Krieg. Ein Krieg bringt halt sicherlich mal wirtschaftliche Probleme mit sich. Also jetzt für uns Schweizer wahrscheinlich am ehesten die wirtschaftlichen Probleme. Das werden dann auch die Langzeitfolgen. Aber da kann man sich mit einer Blackout-Vorbereitung ja auch ganz gut weiterhelfen, weil es wird dann halt einfach Engpässe geben in der Lebensmittellieferung und, und, und. Also Hungersnot ist ein Thema. Und wenn du für einen Blackout vorbereitet bist und das vielleicht noch für einen langen, für ein halbes Jahr, für ein Jahr, keine Ahnung, musst du dir halt um Essen erstmal keine Gedanken machen. Aber ein tatsächlicher Blackout wird auch durch viele Krisen ausgelöst. Zum Beispiel Thema Krieg. Ich verwende jetzt einfach Thema Krieg, weil für mich ist das momentan so die aktuellste Bedrohung, die ich für mich sehe. Aber spielt keine Rolle. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel zum Beispiel einen Krieg, wenn irgendwas infrastrukturmässig, ein Kraftwerk, Energieverteilung, was auch immer, angegriffen wird, ja, dann haben wir Stromausfall. Und dann kann es zu einem Blackout kommen und wird höchstwahrscheinlich auch. Für die Angreifer ist das auch sehr interessant, weil so können sie halt die Infrastruktur angreifen und quasi ein ganzes Land lahmlegen, ohne wirklich damit Aufwand zu haben. Also ich bin der Meinung, fast jede Krise wird ein Blackout nach sich ziehen. Das einzige Szenario, wo ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass das ein Blackout nach sich ziehen wird, ist halt zum Beispiel eine Finanzkrise. Weil in der Finanzkrise, ja, Inflation und so weiter, Geld verliert an Wert. Klar, Blackout-Vorbereitung, du hast Lebensmittel, das kann dir in gewisser Weise weiterhelfen, kurzfristig, weil du sparst da halt Geld, aber du willst ja dich dann auch weiter vorbereiten, falls es dann doch irgendwann zu einem Blackout kommen sollte. Deswegen musst du ja dann die ganzen Lebensmittel irgendwann wieder nachkaufen. Somit weiss ich jetzt nicht, also für eine Finanzkrise hilft dir die Blackout-Vorbereitung wahrscheinlich nicht wirklich weiter oder ist halt nicht die effektivste Variante. Und ja, wenn du dich zum Beispiel für eine Naturkatastrophe vorbereitest, triff auch immer eine Blackout-Vorbereitung, weil auch da kann Infrastruktur kaputt gehen, was ein Blackout oder wenigstens einen begrenzten kleinen Stromausfall oder vielleicht ein Brownout, also einen etwas grösseren Stromausfall nach sich ziehen kann. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, sich auch da auf einen Blackout vorzubereiten. Da macht es aber natürlich keinen Sinn, nur Blackout-Vorbereitungen zu treffen, weil da brauchst du ja dann zum Beispiel vielleicht eine Pumpe, damit du deinen Keller auspumpen kannst, Sandsäcke und so weiter. Aber auch das schadet auch in einem Blackout nichts. Auch das gehört eigentlich zu einer Blackout-Vorbereitung dazu, vielleicht nicht an erster Stelle, aber irgendwann wird das Thema, weil wenn nichts mehr mit Strom versorgt wird, ja, vielleicht drückt sich halt von der Kanalisation her das ganze Zeug ist in die Wohnung zurück, vielleicht auch in einem Blackout kann es regnen, es kann Hochwasser geben und die Einsatzkräfte, die kommen dann nicht, die können nicht kommen und dir helfen, du musst dann selbst für dein Wohlbefinden sorgen oder für trockene Keller, ich sage es mal so, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du eine Pumpe hättest, die halt ohne Strom funktioniert, weiss nicht, Handpumpe mit einem Notstromaggregat kannst du das Ganze betreiben, gibt ja viele Möglichkeiten, aber einfach, dass du dir da auch Gedanken machst oder auch Sandsäcke, Sandsäcke können immer mal nützlich sein. Also, du siehst schon, ganz egal für welche Art von Krise du dich vorbereitest, alles greift irgendwie Hand in Hand ineinander, es gibt keine Vorbereitung nur auf dieses Szenario oder nur auf dieses Szenario, wäre meiner Meinung nach völlig falsch. Aber zum Beginn musst du dir halt mal Gedanken machen, was ist für mich die wahrscheinlichste Bedrohung und da irgendwo mal starten. Du kannst nicht mit der Krisenvorsorge beginnen und dich auf alles vorbereiten, das geht nicht. Deswegen konzentriere dich da auf das Überlebensnotwendigste am Anfang und das ist aus meiner Sicht Trinken, Essen, Wärme, Schutz und Medizin. Das ist so für mich das Allerwichtigste. Wenn du die Grundbedürfnisse safe hast, kann dir nicht mehr so viel passieren, dann bist du schon ziemlich breit aufgestellt. Ich glaube, im Grossen und Ganzen war es das schon, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Ich glaube, du weisst, worauf ich hinaus wollte. Ich ziehe jetzt das Ganze auch nicht mehr weiter in die Länge, denn ich muss auch noch etwas meine Stimme schonen. Aber schreib du gerne mal unten in die Kommentare, wie siehst du das Thema? Konnte dir dieses Video ein bisschen weiterhelfen? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Und vor allem, auf welches Szenario bereitest du dich vor? Was hältst du als am wahrscheinlichsten? Bereitest du dich vielleicht sogar auf viele verschiedene Szenarien vor? Oder habe ich etwas Wichtiges vergessen? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich und wahrscheinlich auch meine Community sehr, sehr interessieren. Dann war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Sei immer vorbereitet. Bis nächstes Mal. Ciao Ciao und komm auf meinen Discord.